So, willkommen zurück beim Monkey Island 2. Ja, wir sind wieder zurück auf Booty Island und haben immer noch keine Ahnung, was wir machen sollen. Wir könnten höchstens noch mal gucken, was es hier bei dem Spuckwettbewerb machbar ist. Das ist ein Geschwettbewerb. 1st place 3rd place Er lief ja dann weg. Okay, er stöpselt da schon mal selber um. So, können wir das jetzt nochmal hier machen? Okay, das war ja schon mal. So, how about the rest of you? Nicht schlecht. Grüne trinkt, blauer trinkt. This may be your last chance at popularity and success. It's a purple drink in a broken glass. Come on, don't be shy, let it fly. You think spitting is gross? Ugh. What was that? Did I hear somebody swallow? What a waste. Okay, auf jeden Fall wird es halt nicht leer. In fact, they do it very well. Ugh. Just put your two lips together and blow. Probieren wir mal hier an dem grünen. Boy, this stuff makes my spit thick. What was that? Okay. Okay, dann probieren wir es nochmal. Ich muss halt irgendwie warten, bis der Winter pässt. So, probieren wir es nochmal. Boy, this stuff makes my spit thick. Come on, it's all paid for by Booty Island, Parks and Rec. Okay, now. The Flem Master ready for his comeback. Spit away. Okay, okay, okay. All right, Flem Master. All right, Flem Master. Taste clear, first place. That was truly awe-inspiring. Sports fans, we've seen something incredible here today. Let me congratulate you and give you this fine commemorative plaque. You truly are the master of Flem. Come on, let's give him a hand. Of course, there are plenty more prizes for the rest of you. So how about it, gang? Everybody already has the necessary equipment. So, ja, und er macht da weiter. Jetzt habe ich eine Plakette, aber die bringt mich ja auch nicht irgendwie weiter. It's a plaque with an odd-looking gob of something on it. Hmm. Do you take credit? Yeah, like you have one. But I do accept personal checks or trade-ins. I'll take most old swords, some used parrots, almost anything valuable made of bronze, and a few old ship parts. Would you give me the map piece for any of those things? No, but there's one thing I might trade for the map piece. Hmm. What would you trade for the map piece? There was a certain ship that sunk, and I'd really like the figurehead. I'd give you the map, if you got the figurehead for me. No, don't erzähl mal von dem Schiff. Can you tell me about the ship with the figurehead? The ship was a huge galleon named The Mad Monkey. Nobody knows where it sank or why. But the figurehead is supposed to be the most fabulous piece of art ever. That's why I want it. I'm a collector of fine art, as I'm sure as you can see. I have to go now. Where do you want to go? Äh, do. I think I'll try a different drawer. Da. Musik. Geld. Berge. Äh, wieso ist das hier so... Ungeordnet. Mathematik. Testelssegler. Seekühe, Magie, Texte. Läusehaltung mit Erfolg, alles klar. Äh, ja. Super. Ich würde eigentlich jetzt gerne irgendwas über dieses versunkene Schiff, äh, in Erfahrung bringen. Unter der Oberfläche, okay. Aber das da ist doch alles hier, äh, äh. Sieh, Schatz. Getränke für den Hausgebrauch. Die Geschichte von Stan. Also, äh, äh, fragwürdige mir mal an. Ich glaube, die, die nehmen, warum. Die Zeit, wo ich LeChuck aufbauen habe. Hm, ich muss das erinnern. So. Ich glaube, ich werde einen anderen Drawer versuchen. Äh. S. Segeln. Segeln. Lachs. Wieso ist Lachs? Äh, Salomon, ja. Skab Island. S. 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 Äh. Sharks. Ja, deswegen, auf Deutsch macht es natürlich absolut gar keinen Sinn, hier drin zu suchen. Schiffswracks. Ihr Unglücke. Äh. Unglücke. 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 Unteru wird es jetzt sicherlich nicht finden. Toys. Treasure. Unglücke, Unglücke, Unglücke. Ich denke, ich werde einen anderen Drawer versuchen. Natürlich fällt mir das partout nicht ein. Wait a minute, wir könnten doch hier umstellen auf das alte Self-Help. Ja, deswegen, da ist es nämlich schön in Englisch. Und ja, wenn wir jetzt noch wissen würden, wo das war. Disaster. Okay, ja, klar. Great Shipwrecks. Ja, das könnte es doch sein. Great Shipwrecks of our century. Hm, I have to remember that. Yep. I've had it with this card catalog. Man muss sich nur zu helfen wissen. So, ähm. Pardon me, miss. What do you want this time? I'm looking for a book. What book are you looking for? Do you have great shipwrecks of our century? Ach, Gottchen. Okay, here you go. Anything else? Yep. Nö, das war's. I won't be needing any more books just now. Don't slam the door on your way out. Zoo. The time I blew up LeChuck. I can't believe I'm reading my own memoirs. Great Shipwrecks of our century. It says here the Mad Monkey sank at 39 North, 88 West. The famous shipwrecks of our century. mejor shipwrecks of our century. It says here the Mad Monkey sank at 39 North, 88 West. What about you? Auch schon mal? Wo willst du gehen? Kann ich ihm jetzt hier sagen? Hier 39 Nord. Na gut, er hat da genau den Finger drauf. Wir können da nicht gehen, Mann. Das ist das verbindliche Triangle. Ah, okay. Also werde ich wohl doch irgendwie Kate anheuern müssen. So, jetzt muss ich aber gerade mal... Also er wollte auch... Er nimmt auch alles, was irgendwie aus Bronze ist. Äh, nee, betrachten. Es ist eine Plakke mit einem wunderschönen Gaube of something on it. Ich kann ja da etwas anfangen. Wie viel sollst du mir für diese Plakke geben? Ich bin nicht interessiert. Was meinst du? Es ist wertvoll, eine Minte. Für eine Lump of Puss auf einer Schengel? Das ist nicht nur eine Lump of Puss. Oh, ja? Was ist so speziell daran? Der Spitz der Person, der Lechuk hat auf dem Kissen. Wirklich? Das würde es sehr wertvoll machen. Überall? Wenn ich es so wie Bronze ist, dann gebe ich dir 6.000 Püße von 8 für es. Okay, und das ist genau das, was ich brauche, um Kate anzuheuern. Und... Tschub, tschub, tschub. Vielleicht können... 3-Jahre-Tour. So, äh... Und vielleicht können wir dann mit ihr... den, äh... ja... mit ihrem Glasbodenboot da das Frack finden. Are you the same Kate who bought all the near-grog at the Bloody Lip? Yeah, and you can't have any of it, so don't ask. Oh. Ich bin interessiert in einem Schiff. Great. Wie ich erwähnt habe, meine Fiege ist 6.000 Püße von 8. Äh... Okay, ich paye dir die 6.000 Püße von 8. Du hast dir selbst ein Schiff. Are you ready to leave now? No, I need to take care of a few things first. Let me know, when you're ready to head out. I'll be here. Okay, ähm... 3-Jahre-Tour. Ich würde jetzt aber gerne erst mal... speichern. Weil ich weiß nämlich jetzt nicht, was da passiert. Weil nicht, dass ich mich jetzt hier verklicke und, äh... die... 6.000 Gold weg sind. Äh... Ich bin bereit, um zu fahren. Hast du einen Kurs geplant oder was? Ich kann dir zeigen, wo ich auf dieser Route gehen möchte, die Captain Dread mir gegeben hat. Well, hier sind wir. Was jetzt? Um... This ship is so small, the rats are leaving it humpbacked. The guy who writes your lines is as funny as your tailor. I'll dive in and look for the sunken galleon. Are you sure you can swim? Hey, I can hold my breath for 10 minutes. Und wir sinken und sinken und sinken. Ja, kommen wir auch irgendwann da unten an? Affenkopf. Äh... Können wir den einfach so abnehmen? Ach so, okay, dann zieht sie uns rauf. Ich wollte eigentlich dann jetzt hochklettern. Aber... So geht's natürlich auch. Well, congratulations on your fine guy, Brush. Be sure and tell any friends you might have about cap-sized charters. See you around the turnpike. Check it out. Ja... Okay. Und damit können wir uns das erste Kartenstück kaufen. Äh... Ach so, warte mal. Ach, Plitz in hier. Ich muss jetzt gehen. Ja, 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 hier, da. Uuuh! Well, well, well. I didn't think anyone would ever get the mad monkeys figurehead. Can I get the map piece now? Sure, it's yours. Oh, right. I got the first map piece. Okay. So, und jetzt wie weiter? Where do you want to go? Hmm. Ich müsste eigentlich nach Fat Island. Ah, LeChuck, Sir. I regret to report that Guybrush has found one of the map pieces to Big Whoop. You will regret it a lot more if he finds another. Stop him at any cost. But remember, I want him alive. Yes, Sir. Creep. Okay. Wir brauchen das Buch. Aber wie kommen wir an das Buch ran? Ich probiere mal alles durch, was ich so im Inventar habe. In der Hoffnung, dass irgendwas davon funktioniert. Also wenn wirklich alle Stricke reißen, sollen wir das ja in Adventures immer machen. Einfach mal so das Inventar durchforsten und dann alles mit allem kombinieren. Und da ja auch die Wache da nicht zurückkommt und der Gouverneur da schön am Pennen ist. Denke ich mal, habe ich ja auch alle Zeit der Welt. So, dann gehen wir mal hier die Treppe hoch. So. Gut, mit dem Geld, das brauchen wir gar nicht zu probieren. Benutzer Schaufel. Okay. Äh, vielleicht... Mit dem Stock. Hier fahrt mit dem Stock. Kann er ja nicht. Äh, machen... Ähm... Buch mit dem Buch? Buch mit dem Buch. Okay. Wobei, das war jetzt irgendwie keine so gute Idee, aber ich versuche es nochmal mit einem anderen Buch. Äh... Zum Beispiel hier mit dem hier. Da können wir ja... Verschmerzen dann. Ah ja, hat er getauscht. Jetzt hoffe ich nur nicht, dass er die wichtigen Seiten aus dem Big Whoop Buch rausgerissen hat. Ah, dass das funktioniert... Naja gut, es ist halt LucasArts. Bei Indiana Jones hat es ja auch irgendwie funktioniert. So. Dann wieder zu Dreads Schiff. Where do you want to go? Äh, hier. Skip Island. Bitte. Und... zum Friedhof. Gehen wir nochmal in die Kruft hinein und lesen dann da das Buch. Famous Pirate Quotations. Happiness is a warm manatee. Barney Gout. Kiss me, I've got scurvy. Fester Leech. Darg! Commander Buttonhead. Violets are blue, roses are red. We're coming aboard. Prepare to eat lead. Wrapped scallion. Mouthwash. We don't need no stinkin' mouthwash. Old Skunk Eye. So, und wen brauchen wir da? Big Whoop. Unclaimed Bonanza or Myth. It says here there were four Pirates. Rapscallion, the cook. Okay. Young Lindy, the cabin boy. Mr. Rogers, the first mate. And Captain Marley. They buried their treasure along with plenty of booby traps on a place believed to be called Inky Island. They made a map which they divided into four pieces. Each man taking one. Rapscallion later opened the steaming weenie hut on Scab Island. Genau, den brauchen wir. fell into disrepair after Raps was killed in a flash fire. Young Lindy drifted aimlessly, down on his luck until he mysteriously came into money while panhandling on Booty Island. He used the cash to bankroll an advertising firm which failed after its gross mishandling of the gangrene and honey account. Mr. Rogers retired off the coast of Fat Island. He marketed homemade contest grog brewed in a bathtub until his recent disappearance. Captain Marley vanished while sailing in the America's Cup race. His boat was leading at the time. Okay, und das war der Sack? Violets are blue, roses are red, we're coming aboard. Prepare to eat lead. Genau, das ist dann die Asche, können wir die mitnehmen? Silty. Fein zerrieben. Und die Voodoo-Tante hat doch da lustige Gläser, mit denen man irgendwie Tote wiederbeleben kann. Wenn ich mich da noch recht entsinne, das waren ja die lustigen Gläser, die ich nicht mitnehmen konnte, wo ich gedacht habe, ich brauche ein Glas. Dann werden wir so nochmal darüber interviewen. und dann gehen wir nochmal zu ihr. Back again, Mr. Threepwood. Yep. Hey, I've got some ashes for that potion. Bring them to me. Now, there's only one small problem. I forgot the recipe. What? It's been a long time. I don't have that cookbook anymore. What a drag. I don't have to buy you. I don't have to buy you. I don't have to buy you. wie Rezepte beziehungsweise Recipes oder unter V wie Voodoo. Niemand weiß genaues. Also wieder in Dreads Schiff und rüber nach Fat Island. Where do you want to go? So, aber ich glaube, bevor ich mich wieder da auf die Suche nach dem richtigen Buch mache, beende ich hier an der Stelle wieder die Folge und vielleicht sehen wir uns ja dann in der nächsten wieder. Bis dann. Bis dann.